Die Elektriker am Atelier drohen viel für Träussid für die Schandtächer von Kreos am ganzen Land bei. Zu ihrer Aufgabe gehört, Anlehrer für den Gebrauch auf der Platz 4 zu bereden. Ziele auf der Dählerküste, Kofferkabeln und Anastecke, die für nicht an Mittelspannungsanlehrer gebraucht gehen, gehen in unserem Atelier zusammengebaut, ehr so ob die Schandtächer montiert gehen. Als Elektriker am Atelier muss sie für alle Projekte die passende Lesung finden, und flexibel auf alle Situationen können reagieren. Wie viel kann ein Schandtächer schaffen, hängt also stark von der guten Viererbächt am Atelier auf. Sicherheit spielt dabei ein Großraum. Solidarität zwischen den Äquipen am Mörderbächt gauert zu der Erbächtsmoral bei Kreos. Kreos bietet ihren Elektriker die Menschlichkeit hier das Wissen aus der Schule an der Praxis umzusetzen, an all der Arbeit zu lehren. Die technischen Fortschritte und immer mehr große Aufforderungen setzen voraus, dass sie die Rensee können, dauernd muss weiterentwickeln. Dadurch ist der bestimmt interessant und aufwässerungsreich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017